Oh, ja, ja. Wie das so ist. Oh, das Lenkrad wieder da. Musste ich nochmal neu konfigurieren anscheinend. Schauen wir doch mal. Mikrofon war auch wieder weg. Bööö. Was soll das? Ich musste hier ja nicht selber schalten hier. Drei, zwei, eins, los! Mhm, super. Das frisst dann mal einen Slalom hier wieder nicht, ne? Super. Drei, zwei, eins, los! Wie ich das liebe. Licht. Drei, zwei, eins, los! Das ist doch kacke sowas. Drei, zwei, eins, los! Hassig wie die Pest, sowas. Absolut. Drei, zwei, eins, los! Äh. Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! So war das erst recht nix. Gott, das ist ja nix. Drei, zwei, eins, los! Wieso zum Geier, frisst du ja nix. Drei, zwei, eins, los! Ja, das war klar, das ist ja nix. Drei, zwei, eins, los! Ich hab mich scheiße geschaltet, ne? Muss ich den eher machen, dass er den wieder frisst, oder? Drei, drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Wenn ich total... Drei, drei, zwei, eins, los! Kann doch nicht wahr sein, oder? Drei, zwei, eins, los! Na komm, 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 komm! Drei, zwei, eins, los! Ist es irgendwie zu spät immer, oder? Ich verstehe es nicht. Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Werksfahrer kann dann auch echt mal, ne? Drei, zwei, eins, los! Kann nicht wahr sein... Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Der frisst einfach mal ein 360 nicht. Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Bitte nicht. Das kann nicht wahr sein. Drei, zwei, eins, los! So schön gemacht, sogar aus dem Cockpit raus, aber... Drei, zwei, eins, los! Das kann nicht wahr sein. Drei, zwei, eins, los! 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 180, rückwärts, noch mal 180. Alles klar. Na, wenn das mal hinhaut, oh man. Manchmal muss man auch lesen. 3, 2, 1, los! Jetzt verstehe ich auch, warum der schon so halbwegs früh seinen Pick macht, wenn er das dann macht. Sonst kommt man nämlich wahrscheinlich gar nicht rückwärts dahin, oder was? 3, 2, 1, los! 3, 2, 1, los! Ja, wie soll hier der Hase laufen? Das war es also gerade fast, aber naja. 3, 2, 1, los! 3, 2, 1, los! Jetzt wird es aber kompliziert hier. 3, 2, 1, los! Gar nicht ausgefallen, ne? Ich frisst halt den dann aber wieder nicht. Alter Schwede ey, kranker Kacke. 3, 2, 1, los! 3, 2, 1, los! Guck mal, kann ich das nochmal mit Rückspiegel machen, ne? Nicht wirklich, ne? Hier müssen wir ja was unter Kontrolle haben. 1, 2, 2, 1, los! 3, 2, 1, los! 3, 2, 1, los! Ein bisschen zu früh. Da müssen wir echt erstmal unter Kontrolle kriegen, ne? 3, 2, 1, los! 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 3, 2, los! 3, 2, los! Ja, hat aber gefressen. Insofern. Mal schlecken und weiter. und dann will er zum schluss meine 360 nicht 2 1 gut dass man red 0 platz hat tief durchatmen 3 2 1 los kann doch nicht wahr sein ja 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 und Zeit ist noch genug leck mich am Arsch werbespot klasse na komm, das guckt uns das mal an hier ich hätte schon gesagt, ne es ist eigentlich nicht, aber gut wenn es dann reich reich ist, dann habe ich den Quatsch los na gut weg ist weg das machen wir dann aber deinen nächsten Teufel bis dann bis dann bis dann